So, Zwerg, jetzt erzählt mir mal alles, was ihr wisst über diesen Hawke. Hawke, das war doch dieser Krieger, oder? Oder Moment, ihr meint Hawke, den Magier. Nein, jetzt weiß ich's. Ihr redet von Hawke, dem Schwarzen Schwan, der Prima Ballerina. Hmm, Ballerina. Irgendwie macht mich das scharf. Nein, im Ernst. Ich weiß überhaupt nichts von einem Hawke. Aber ich kann euch eine andere Geschichte erzählen. Und darin geht es um... Wenn ihr die Geschichte von diesem Hawke verstehen wollt, müsst ihr erst die von Morrigan kennen. Und das für schönes Baby. Glaube ich. Du und deine Spiegel. Du bist mir also gefolgt. Das finde ich scheiße. Ich musste diese Welt verlassen. Ich suche anderswo nach Hilfe gegen die Gefahr, die kommt. Aber ich habe dir ein Geschenk dagelassen. Dieses Buch wird dir helfen. Nett. Besser als aller Müll, den du mir geschenkt hast. Moment mal. Welche Bedrohung überhaupt? Es geht um meine Mutter, Flemeth. Die alte Schachtel? Was soll die schon tun? 1 Souverän, 3 Silber und 30 Kupfer. Ich hätte gerne eine magische Axt. 1 Souverän, 3 Silber und 31 Kupfer. Lassen Sie sich ruhig zeigen. 1 Souverän. Und was ist mit unserem Kind? Oder Alistas Kind? Ich bin da ein bisschen verwirrt in der Hinsicht. Ach, dem Kind geht es gut. Es ist bei Verwandten. Die haben schon ein Kind und kennen sich da aus. Willst du vielleicht mit Filmen gucken? Hier. Und Windel wechseln. Finde ich scheiße. Und was ist mit Alistar? Wer soll ohne dich auf den aufpassen? Alistar? Wer war nochmal Alistar? Und nun, leb wohl. Moment noch, hey! Und eins noch. So verließ morgen diese Welt, um Hilfe zu holen. Was soll das mit Stufe 35? Das juckt mich überhaupt nicht. Ja, keine Lust mehr. Ich setze mich zur Ruhe. Tschüss. 11 Stehen bleiben! Ich bin Commander Shepard von der Normandy. Identifizieren sie dich. Mann, seh dir scheiße aus. Oh, ich erinnere mich wieder an diesen Hawk. Er meint Hawk den Dieb. Er war schneller als jeder Held vor ihm und unglaublich gewandt. Er beginnungen. Oh, ich werde das nicht mit dem Essen vor ihm und unglaublich gewandt. Er hat wollte er sein. Jetzt kommt der Held. Er hat dich einräumOR. Er hat sich geäht. Er hat sich vielleicht daran geholfen, aber auch eröffnet das. Der Held der Held. Er hat sich nicht mehr als jeder Held zu machen. Er hat sich nicht mehr als jeder. Wirer haben die Stammel gewandt. Er hat sich um, dass du dich übernest zu schmolgen. Er hat sich nicht mehr als denn, Er ist viel mehr als Leib. Er hat sich übern aux oder mit dem Spiel. Er hat sich übernimmt. Dank ihrer charmanten Art gewann Morgan inzwischen das Vertrauen der Fremden. Mit euch kann man einfach nicht einkaufen gehen. Hier, wir sind da. Und was machen wir jetzt? Landen wir mit einem Bodenfahrzeug? Das machen wir nicht mehr. Scannen wir wenigstens nach Rohstoffen? Das machen wir auch nicht mehr. Tja, ein Viererteam runterschicken? Wir nehmen ein Dreierteam. Ich find die Karte sowieso scheiße. Da ist gar kein Blut drauf. Die Welt wurde gerettet. Und Hawks stand im Zentrum, als es passierte. Männer, für diesen Planeten sind wir die letzte Hoffnung. Und du bist dir ganz sicher? Ja. Gut. Konzentriert das Feuer auf Hawks Koordinaten. Feuer! Es ist wunderschön. Oh! Orbitalbombardement. Find ich gut. Geräusche Kamer Tatan. Hochklerets. Vielen Dank.